Okay, Hans-Georg Maaßen ist also ein strammer Rechtsextremer. Damit kann man immer noch beim Kommando Spezialkräfte anfangen oder Chatgruppen-Admin bei der Polizei werden. Aber Hans-Georg Maaßen ist halt leider in der CDU. Hans-Georg Maaßen soll aus der CDU rausfliegen, weil er zu rechts ist, sagt zumindest der Mittelstandsmultimillionär und CDU-Chef Friedrich Merz, der sich letztes Jahr erst noch zwischen den Kriegstrümmern in der Ukraine fotografieren ließ und anschließend erklärte, die Geflüchteten seien alle Sozialtouristen. Wird eine schwierige Beweisführung, sag ich mal. Hans-Georg Maaßen sieht aus wie so eine Mischung aus Maulwurf und Steuerberater, der zu lange ein zu enges Stirnband getragen hat, ist aber in Wirklichkeit ein todesloster Rechter, der, gemessen am Grad seiner Lostheit, es sogar mal geschafft hat, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz zu werden. Er hat zum Beispiel als Chef des Verfassungsschutzes der AfD Tipps gegeben, wie sie sich einer potenziellen Beobachtung durch eben diesen Verfassungsschutz entziehen kann. Er hat sensible Daten an die NSA gegeben. Er hat 2018 bei den Nazi-Ausschreitungen in Chemnitz, wir erinnern uns, Erklärt, dass Hasi und seine Freunde auf gar keinen Fall Migranten durch Chemnitz gejagt haben, obwohl man das auf zig Videos sehen konnte. Und seit er deshalb beim Verfassungsschutz rausgekickt wurde, kickt auch nochmal Hans-Georgs Rechtsextremismus auf eine ganz neue Art und Weise. Interviews in wahrscheinlich jeder rechten Publikation, die es gibt, egal welchen Quatsch sich die Rechten ausdenken, Hans-Georg verbreitet ihn. Ey, wenn dich Bernd Höcke schon lobend als Stachel im Fleisch der CDU bezeichnet, dann läuft definitiv etwas richtig falsch. So falsch nämlich, dass Hans-Georg im Januar 2023 endgültig zum großen Rassismus gegen Weiße-Take ausholte, der so kacke ist, dass ich ihn jetzt gar nicht wiederholen will. Okay, Hans-Georg Maaßen ist also ein strammer Rechtsextremer. Damit kann man immer noch beim Kommando Spezialkräfte anfangen oder Chatgruppen-Admin bei der Polizei werden. Aber Hans-Georg Maaßen ist halt leider in der CDU. War der CDU bis dato aber auch völlig egal. Im Gegenteil, noch 2021 hat eben dieser Friedrich Scheiße erzählen, mal gucken was passiert und im Notfall wieder zurückrudern, Merz Hans-Georg Maaßen noch öffentlich dafür verteidigt, dass er in Thüringen für die Bundestagswahl kandidiert hat. Begründung sinngemäß, das sei so eine ganz normale Reaktion der CDU-Basis auf die personelle Besetzung der CDU und der Bundesregierung. Wundert mich persönlich jetzt nicht bei dem sympathischen Mittelständler Friedrich Merz, der ständig das Asylrecht in Frage stellt. Oder der Homosexualität okay findet, wenn es keine Kinder betrifft. Der direkt nach dem rechten Anschlag in Hanau erklärte, man müsse den Rechtsextremismus vor allen Dingen dadurch bekämpfen, indem man sich um Grenzkontrollen und Clankriminalität kümmert. Der bei Markus Lanz sitzt und spontan alle Schüler mit Migrationshintergrund als kleine Paschas abstempelt. Nicht so cooler Typ halt. Wenn man also jahrelang versucht, die Stimmen, die die CDU an die AfD verliert, zurückzuholen, indem man Politik macht wie die AfD, dann schaut man natürlich auch weg, wenn sich Hans-Georg Maaßen schleichend auf Twitter radikalisiert. Weil man es a. gar nicht sieht und b. gar nicht sehen kann, denn schließlich ist man ja sogar irgendwie Hans-Georgs Meinung, auch wenn man es selbst jetzt noch ein bisschen bürgerlicher verpacken würde. Das Ding ist, selbst für die Alternative zur Alternative für Deutschland, Pardon, die CDU, ist Hans-Georg Maaßen zu weit gegangen? Und selbst in der CDU scheint man so langsam einzusehen, dass es nichts bringt, die AfD zu kopieren, weil die Rechten halt immer die OG-Rechten wählen. Bestens zu sehen in Sachsen und in Thüringen. Heißt also, die CDU hat ein handfestes Richtungsproblem. Die Brandmauer nach rechts hat unglaublich viele Löcher. Und auf der anderen Seite verliert die Partei mit ihrer AfD-Politik all jene Leute, die nicht in der Werteunion sind, sondern einfach klassisch CDU haben wollen. Reich sein, Trachten tragen und keine Steuern zahlen. Und dass die CDU nicht attraktiv für junge Leute ist, dafür muss man sich nur mal kurz Tilman Kuban angucken und man weiß sofort alles über die junge Union. Hans-Georg Maaßen aus der CDU rauszuwerfen, kann also schon eine Abgrenzung nach rechts bringen, bringt aber auch relativ wenig, wenn man dann immer noch Hans-Georg Maaßen leid, a.k.a. Friedrich Merz als Parteivorsitzenden hat. Und gleichzeitig mit dem Rauswurf die komplette Ost-CDU gegen sich aufbringt, die mit Hans-Georg Maaßen dann nämlich ihre ultrarechte Galionsfigur unter dem bürgerlich-konservativen Deckmantel verliert. Und politisch kann die Partei auch bloß nicht punkten, weil sie sich mittlerweile komplett in ihrer bockigen Oppositionsrolle verloren hat und überhaupt keine Lösung hat für die wirklichen Probleme wie Armreichschere, Bildung, Verkehr, Klimawandel. Also nichts außer... HALF STOP! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Noch dazu sind Parteiausschlussverfahren immer langwierig und selten erfolgreich. Hat man zuletzt erst sehen können bei Thilo Sarrazin, der erst im dritten Anlauf aus der SPD rausgekickt werden konnte. Heißt also, die CDU steckt voll in der Scheiße. Persönlich wie ideell. Und darüber könnte ich mich jetzt theoretisch aufregen, aber es ist halt auch die CDU. Das sind die AfD-Bereich-G honored. Oder das sind die Dio. Anlauf aus dem kleines Juden. Try